Hallo und Salvatika. Ja, wie ihr seht, ich bin gut gewappnet. Wetter hat sich ein bisschen gebessert und ich bin jetzt hier in Virenheim. Ja, in Virenheim ist großes Einkaufzentrum, ein Neckarzentrum und da bin ich jetzt und hier ist was ganz besonderes. Hier ist also ein Thai-Tree-Food-Market, also auf dem Parkplatz 6 hier in Virenheim. Jetzt also ein Thai-Tree-Food-Market. Ja, schauen wir mal, was da alles so ist. Ja, das ist also der Thai-Tree-Food-Market. Mal schauen, was da haben. Und es ist ja wirklich gut besucht hier. Was gibt's denn hier? Ja, Bühner. Im Prinzip gibt's hier alle Sachen von Thai-Essen, aber eine Portion kostet so im Schnitt 12 Euro. Ja, das sind ja 400, 500 Watt, das Zehnfache, was so eine Portion in Thailand kosten würde. Ja, dafür kriegt man Thai-Food in Deutschland. Ja, wie man sieht, ist Thai-Food sehr begehrt. Knusprigen Schwein aber auch. Thai knusprig, mit Schwein aber auch 14 Euro. Boah, das ist im Thai-Verteidigung 12 Euro. Ja, knapp 480 Watt, was in Thailand 50 Watt kostet. Gut, man kann ja nicht rechnen, das muss alles importiert werden. Ein deutsches Bier kostet in Thailand auch richtig Geld. Ja, aber deutsches Bier gibt's hier. Ja, da ist die, die Bananen. So. Mango-Shakes. 6 Euro für so ein Gebäck, kostet in Thailand 20 Watt. Ja, deutsche Löhne. Die Thais, die hier arbeiten, arbeiten ja auch nicht für Thailon, für 300 Watt am Tag. Lutschin. Ja, für Deutschland ist das ganz normale Preis, für Leute, die also nach hierhin kommen. Kokosnuss gekühlt 5 Euro. Ja, Thailand 50 Watt. Ja. Es muss alles importiert werden. Ja, Früchte, die sind natürlich sehr teuer. Ja, das kommt alles durch den holländischen Importeur. Ich kenn jetzt vor, wie meine erste Frau noch in Bochum übereingekauft hat. Da waren wir also richtig Geld los. Ja. 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 Das ist wirklich Puckpuck. Ja. Der kostet hier 40,50 Euro das Kilo. In Thailand wächst das an ihr im Raum, hier muss das richtig teuer importiert werden. Ja und hier gibt es auch Statuen, Gemüse, Bananen, Kilo 10 Euro. Ja, das ist alles importiert. Ja, was gibt es denn hier? Würmer, auch importiert. Schweineschwarte knusperig. Taibwürstchen. Ja, gebratene Nudeln. Ja, und wie man also sieht, überall isst man Thai Food. Ja, Thai Food ist ja überall begehrt, auch in Deutschland. Ja. Alles was man in Thailand essen kann, gibt es auch hier. Viele Thai Frauen, die wahrscheinlich schon sehr lange hier leben. Ja, und das Sachen, die importiert werden, auch. Gibt es ja überall Asia Shops, wo auch Thai Bier zu kaufen gibt. Aber dieses Bier, dieses Chang Bier aus Thailand, das wird in Holland gebraut und kostet richtig viel Geld. Ich glaub zwei Euro die Flasche. Ich glaub zwei Euro die Flasche. Stinkfisch. Papaya. Papaya. Ja, Julien kann man riechen. Die sind in Thailand auch so teuer geworden. Die sind in Thailand. 60 Euro kostet Julien. Die sind in Thailand. Die sind in Thailand. Die sind dann im Internet. Die sind in Thailand. Die sind in Thailand und in Thailand. Sie sind in Thailand. Die sind in Thailand. Die sind in Thailand. Die ist nach Europa. Nachher einmal bin ich gerade bei Tag. Sie sehen, wie es ist das? Ja, man steht jetzt schon lange. Mango, 10 Euro mit Reis, werfen wir jeden Monat, wenn Mango-Zeit ist, 50, 80 Kilo weg, denn die wachsen, Partei, 10 Euro, Hähnchen, Garnelen, 12 Euro. Nudeln. Kartierte Garnelen. Ja, das ist also das Street Food. Natürlich, der beste Preis war ja Julien, 60 Euro für drei solche parteigebraten Nudeln. Ist hier wohl überall beliebt. Jo. Ich werde hier also nichts essen, denn ich komme aus Thailand. Da habe ich das alles in Überfluss und esse hier lieber mal Deutsch. Ja, hier kriegst du auch das nächste Festival, oder? Cola, Fanta. Chang'Wir, 5 Euro. 2 Euro. Für 2 Euro Pfand. Ja, Musikgruppen. Und dann würde ich mal sagen, das war mal ein Einfluss. Und dann würde ich mal sagen, das war mal ein Einfluss. Einblick für die Deutschen, die in Thailand leben, wie gut sie das haben, was das Thai-Essen dort kostet und hier kostet. Ja. Aber jedem das Seine, der Hunger darauf hat, zahlt auch. Ja, und dann verabschiedige ich mich mal vom Thai-Street Food aus Virenheim. Ja, und wenn euch meine Videos gefallen, gebt mir ein Like. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.